Es war ein fulminantes Fest und das Burgenland war mittendrin statt nur dabei. Bereits zum sechsten Mal fand im Wiener Studio 44 der Genussgipfel statt. Heuer war das Burgenland der Star bei diesem Event. Burgenlands preisgekrönte kulinarische Produkte sowie Dampurizaklänge adelten den Abend, der anlässlich der Präsentation des Genussguide 2017 stattfand. Machen Sie mit uns einen kurzen Rundgang. Musik 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 Das ist nicht nur der Radwein, sondern auch der Genussgefühl, nämlich nur der 24. Herzlich Willkommen! Das ist nicht nur der Radwein, sondern auch der Radwein. Das ist nicht nur der Radwein, sondern auch der Radwein. Das ist nicht nur 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 der Radwein.